Heute geht es um Wissen für Schlauberger über die Isle of Man und auch um das jährlich darauf stattfindende bekannteste und als gefährlichste bezeichnete Road Race, die Tourist Trophy bzw. TT. Warum Tourist Trophy? Ja, dazu kommen wir hier auch noch. Hier erstmal ganz kurz die grundlegenden Fakten. Die Insel gehört nicht zur EU und hat eine eigene Währung, die Isle of Man Pounds. Sie hat ca. 85.500 Einwohner und eine Fläche von 572 Quadratkilometer. Die Insel besitzt ca. 800 Kilometer an Straßen, die aktuelle Rennstrecke, auf der die TT ausgetragen wird, hat eine Länge von 37,73 Meilen bzw. 60,72 Kilometer, wobei dies aber auch nicht immer so war. Warum Rennstrecke in Anführungszeichen? Weil es eigentlich ganz normale Straßen sind, auf der das Rennen stattfindet. Das offizielle Symbol der Isle of Man ist ein dreibeiniges Motiv, das als Triskele bekannt ist. Es ist ein antikes keltisches Symbol und repräsentiert die dreibeinete Insel. Das Triskele, auch als Triskelion bekannt, ist ein antikes Symbol, das aus drei ineinander verflochtenen Spiralen oder drei menschlichen Beinen besteht. Es ist ein bedeutendes Symbol in vielen Kulturen und hat eine Vielfalt von Bedeutungen. Das Triskele auf der Flagge der Isle of Man repräsentiert drei Beine in Rüstung, die mit den Zehen nach außen zeigen und im Uhrzeigersinn drehen. Die genaue Bedeutung des Triskele auf der Isle of Man ist etwas unklar und kann variieren, je nachdem wen man eben gerade fragt. Allgemein wird angenommen, dass es Stärke, Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit symbolisiert. Die drei Beine könnten auch die drei Inseln darstellen, die die Isle of Man bilden, also Man selbst sowie Call of Man und St. Patrick's Isle. Einige Leute interpretieren das Triskele auch als Symbol für die drei Aspekte der Sonne, also Aufgang, Zenit und Untergang. In diesem Sinne könnte es die kontinuierliche Bewegung und den Zyklus des Lebens repräsentieren. Es gibt aber auch eine alte Mengs-Redewendung, die mit dem Triskele verbunden ist, die ich nicht aussprechen kann und deswegen jetzt hier unten einblende. Sie soll so viel bedeuten wie, wohin du auch wirfst, es wird stehen. Dies könnte eine Metapher für die Widerstandsfähigkeit und die Ausdauer der Bewohner der Insel darstellen. Außerdem gibt es auch noch eine weitere mögliche Bedeutung für die drei Beine. Und zwar die Insel kniet auf England, tritt gegen Schottland und zeigt Irland seine Verachtung. Stanley Woods wurde 1922 bei seinem Debüt auf der Isle of Man fünfter. Das ist schon mal sehr beachtlich. Dazu kommt allerdings, dass er und seine Maschine zwischendurch bei einem Boxenstopp in Flammen aufgegangen sind. 1963 fuhr der Gespannfahrer Florian Camatias mit Mechaniker und Beifahrer zur Insel. Als sein Transportfahrzeug streikte, luden sie alles aufs Gespann und fuhren zudrind auf dem Renngerät weiter. Wegen dem doch enormen Lärm der Maschine wurden die drei in Liverpool von der Polizei angehalten. Als der Polizist hörte, dass sie die Fähre zur Isle of Man erwischen mussten, ließ er sie weiterfahren. Sie gewannen dort angeblich auch noch das Rennen. Mit blutender Nase und äußerst lädiert aussehender Maschine fuhr Mike Hellwood 1965 nach einem Sturz das Rennen weiter. Bei einem Boxenstopp ließ er sich nur kurz den Lenker etwas richten. Er gewann angeblich dann auch noch das Rennen. Das Fischerboot von TT-Legende Joey Dunlop ging 1985 unter. Die Passagiere wurden gerettet und das Rennmotorrad von Joey vom Grund geborgen. Er gewann damit angeblich noch das Rennen. Laut Sagen leben auf der Insel die sogenannten Little People. Sie leben unter der Ferry Bridge und gelten als Glücksbringer, die aber auch mal ärgerlich werden können. Um sie sanft zu stimmen, werden sie von den vorbeifahrenden Motorradfahrern gegrüßt. In den Baumzweigen an der Brücke findet man kleine Zettel mit Grüßen und Wünschen an die Little People. Als Spende für die kleinen Geister werden Münzen in den Bach geworfen. Es ist wohl das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt. Die Strecke, die aktuelle Strecke besteht aus 240 Kurven. Bis einschließlich 2022 gab es 273 Todesfälle, wobei hier die Isle of Man TT, die Classic TT und der Manx Grand Prix, die alle auf der Insel ausgetragen werden, zusammengefasst sind. Eingeschlossen sind hier auch zivile Todesopfer. Also im Jahr 1952 starben zwei Zuschauer, als ein Motorrad von der Strecke abkam. Dann im Jahr 1960 wurde ein Feuerwehrmann getötet, der als Streckenposten arbeitete. Im Jahr 1970 starben zwei weitere Zuschauer, als ein Motorrad in eine Menschenmenge fuhr. Und im Jahr 2000 wurde ein Marschall getötet, als ein Motorrad von der Strecke abkam. Der erfolgreichste Fahrer der TT ist Joey Dunlop mit 26 Siegen. Der erfolgreichste deutsche Fahrer ist Siegfried Schauzu, der neun Gesamtsiege bei den Gespanneneinfuhr. Der Rundenrekord für eine Umrundung der Strecke beträgt zum Mindeststand 2022 16 Minuten 42 Sekunden, 778, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 135,452 Meilen in der Stunde bzw. 217,989 Kilometer in der Stunde bedeutet, aufgestellt von Peter Hickman im Jahr 2018. Die Fahrer starten im 10 Sekunden Abstand. Um die Sicherheit zu erhöhen, müssen Newcomer gelbe Warnwesten bei den Trainings tragen. Je nach Klasse müssen in den Trainingsrundenzeiten zwischen 21,5 bzw. 23 Minuten erreicht werden, um sich zu qualifizieren und dann an den Rennen überhaupt zugelassen zu werden. Vor und nach den Rennen wird die Strecke von sogenannten Traveling Marshals abgenommen. Hier handelt es sich um ehemalige Rennfahrer, erst wenn sie ihr OK geben, wird die Strecke für das Rennen oder eben für den öffentlichen Verkehr nach dem Rennen wieder freigegeben. Ja, auf der Isle of Man gibt es normalerweise keine landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung. Während der Covid-19-Pandemie wurde jedoch im Jahr 2020 eine vorübergehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Meilen in der Stunde, also ca. 64 kmh, eingeführt, die später dann auf 60 Meilen in der Stunde, also 97 kmh, erhöht wurde. Diese Begrenzung wurde jedoch am 22. Juni 2020 wieder aufgehoben. Seitdem wurde keine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt, sodass es zum jetzigen Stand, also 2023, immer noch keine landesweite Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Es ist aber zu beachten, dass es trotzdem lokale Geschwindigkeitsbegrenzungen auf vielen Straßen gibt, insbesondere in bebauten Gebieten. Ich selbst bin noch nicht dort gewesen, aber Andrea Hawley, Costumer Service Manager beim Highway Service der Isle of Man spricht davon, dass die meisten Straßen recht schmal und mit engen Kurven versehen sind, sodass Autofahrer dort kaum mehr als 30 Meilen in der Stunde, was umgerechnet 48 kmh entspricht, fahren können. Zur damaligen Zeit galt der sogenannte Red Flag Act. Das bedeutet, vor jedem motorisierten Fahrzeug musste ein Mann mit roter Flagge vorausgehen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Dies stellte natürlich automatisch eine Geschwindigkeitsbegrenzung dar. Dies galt allerdings nicht auf der Isle of Man, wodurch es möglich war, eben dort Rennen auf öffentlichen Straßen durchzuführen. Bis zur ersten TT wurde das allerdings wieder aufgehoben und eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zuerst 14 Meilen, in der Stunde also ca. 23 kmh, eingeführt, die dann immer weiter erhöht wurde. Auch für Rennen wurde hier keine Ausnahme gemacht. England verbot außerdem Rennen auf nicht-permanenten Rennstrecken. Die Isle of Man blieb auch in dieser Hinsicht unabhängig und erlaubte 1904 Rennen auf abgesperrten öffentlichen Strecken. Auch für Motorräder. Die Isle of Man TT, also Tourist Trophy, wurde ursprünglich für Straßenmotorräder konzipiert. Die erste Veranstaltung fand 1907 statt und es gab zwei Klassen, Single-Zylinder, also Einzylinder und Twin-Zylinder, Zweizylinder. Die Motorräder mussten weitgehend serienmäßig sein, d.h. sie mussten Motorräder sein, die für den allgemeinen Verkauf und Gebrauch auf öffentlichen Straßen bestimmt waren. Im Laufe der Jahre hat sich das Rennen jedoch weiterentwickelt und es wurden verschiedene Klassen hinzugefügt, um eine Vielzahl von Motorrädern und Technologien aufzunehmen. Beispielsweise wurde 1911 der Mountain-Kurs eingeführt, wie schon vorher erwähnt, eine anspruchsvolle Strecke, die das Fahrkönnen stärker in den Vordergrund stellen sollte. 1922 wurde die Ultra-Lightweight-Klasse eingeführt und 1923 die Sidecar-Klasse. In den 1930er Jahren begannen Werksteams speziell für das Rennen entwickelte Maschinen einzusetzen. Dies führte zu einer deutlichen Zunahme der Geschwindigkeiten und der Wettbewerbsintensität. In den 1960er Jahren begannen japanische Motorräder, die europäischen Marken herauszufordern und schließlich zu dominieren. Dies führte zu einer weiteren Zunahme der Geschwindigkeit und zu Veränderungen in der Technologie und in der Konstruktion der Motorräder. Heute umfasst die Isle of Man TT eine Vielzahl von Klassen, darunter Superbike, Supersport, Superstock, Lightweight, Sidecar und Zero, also für Elektromotorräder, die aktuell allerdings pausieren muss. Die Motorräder, die in den Klassen verwendet werden, sind oft weit von den ursprünglichen Straßenmotorrädern entfernt und sind hochspezialisierte Rennmaschinen. 1907 gab es das erste Rennen. 1911 den ersten Todesfall bei der TT. 1922 wurde eine neue Klasse, die Lightweight 250, eingeführt. 1923 die Gespannklasse wurde eingeführt, 14 Gespanne fuhren über drei Runden. 1924 wurde die neue Klasse, Ultra Lightweight 175, eingeführt. Dies sollte die Touristentradition wiederbeleben, also die Verwendung von Motorrädern, die auch das Publikum fuhr, sollte gesteigert werden. 1925 war die Strecke zum ersten Mal komplett asphaltiert. 1926 wurde die Gespannklasse aus dem Programm genommen. Ultra Lightweight musste auch gestrichen werden, da sich zu wenig dafür gemeldet hatten. Alle Rennen gingen damals über vier Runden. 1928 gab es Änderungen bei den Trainings. Es fand ab sofort auf abgesperrter Strecke statt und nicht mehr im normalen Verkehr. Grund, 1927 verunglückte ein Fahrer während dem Training im normalen Verkehr. Es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass da nichts abgesperrt wurde, sondern wirklich der normale Verkehr war. Wenn klar, zur damaligen Zeit auch nicht so dicht wie heute. Trotzdem eigentlich Wahnsinn. 1931 lag die Durchschnittsgeschwindigkeit erst mal über 80 Meilen in der Stunde, also etwa bei 130 kmh. 1935 gab es zum ersten Mal motorisierte Streckenposten. 1937 gewann zum ersten Mal ein Fahrer, der nicht aus England stammte. Es handelte sich um den Italiener Omo Bono Tenny. 1938 gewann der erste deutsche Fahrer Ewald Kluge. 1939 bis 1946 gab es eine Zwangspause wegen dem Zweiten Weltkrieg. 1947 gab es dann wieder das erste Rennen nach dem Krieg. 1947 bis 1952 gab es ein Verbot für deutsche Fahrer, an internationalen Rennen teilzunehmen. 1949 bis 1976 gehörte die TT zur Straßenwärm der FIM. Die britische Runde wurde auf der TT ausgetragen. 1951 nahm Inge Stöll als erste Frau an der TT teil. 1957 gab es das goldene Jubiläum, also 50 Jahre TT. 1960 Gespannrennen wurde wieder ins Programm aufgenommen. 1962 neue Klasse Ultra Lightweight TT bis 50 Kubik, galt allerdings nur 5 Jahre. 1966 Rennen wurden wegen des Fährstreiks auf September verschoben. 1972 Boykott. Gilberto Parlotti verunglückte tödlich und viele Fahrer beschlossen, das Rennen nicht mehr zu fahren. Helmut Dehne fuhr in diesem Jahr zum ersten Mal dort. 1976 wird das TT-Rennen aus der WM der FIM genommen. Mehrere Fahrer verlassen dementsprechend das Rennen. Helmut Dehne wird erster bei der TT. 1977 bis 1989, TT hat wieder WM-Status, die Formula TT. 1985 Einführung der Classic TT. Tony Rechberger und Peter Rubato starten zum ersten Mal. 1992 die beiden großen Klassen werden aus dem Programm genommen, da sie als zu gefährlich gelten. Einführung der Klasse Supersport 400 und Supersport 600 für reine Rennmaschinen. Tony Rechberger stellte neuen österreichischen Rundenrekord auf. 1994 Dirk Karlet startet zum ersten Mal. 2001 Rennen wurden wegen der Maul- und Clownseuche abgesagt. Das einzige Mal zu Friedenszeiten bis dato. 2009 TT XGP, Time Trails Extreme Grand Prix, wurde das erste Motorradrennen der Welt für Elektromotorräder. Und dort auf der TT eben ausgetragen. 2010 Zero TT, also die Klasse für Elektromotorräder, wurde eingeführt und ersetzte die TT XGP. 2012 Senior Rennen wurde wegen schlechten Wetter abgesagt. 2013 Horst Seigers erster Start auf der TT. 2014 neuer Rundenrekord von Bruce Anstey. 2015 John McGuinness gewinnt die Senior TT, sein 23. Sieg insgesamt damals. Ian Hutchinson gewinnt vier Rennen in einer Woche. 2016 Ian Hutchinson und Michael Dunlop dominieren die Rennen, wobei beide mehrere Siege erringen. Dunlop stellt einen neuen Rundenrekord auf. 2017 die Veranstaltung wird von mehreren tödlichen Unfällen überschattet. Michael Dunlop gewinnt das Senior TT-Rennen. 2018 Michael Dunlop gewinnt drei Rennen, darunter die Senior TT. Peter Hickman stellt einen neuen Rundenrekord auf. 2019 Pete Hickman gewinnt drei Rennen und stellt einen neuen Rundenrekord auf. Die Veranstaltung wird von mehreren tödlichen Unfällen überschattet. Die Zero TT findet vorerst zum letzten Mal statt. Wegen der geringen Teilnehmerzahl wird die Klasse bis mindestens 2024 pausiert. 2020 die Veranstaltung wird aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt. Auch 2021 findet aus diesem Grund keine Veranstaltung statt. 2022 gibt es endlich wieder die TT. Es gab aber nicht immer nur die Rennstrecke. Im Laufe der Jahre gab es hier Änderungen oder auch verschiedene Strecken für verschiedene Rennklassen. In den frühen Tagen der Isle of Man TT wurde von 1907 bis 1910 die Strecke St. Johns Kurs genutzt. Ihr Anfang nahm die Originalroute am Tynwall Green St. Johns und führte über Peel Road zu Bellingcrain. Von dort aus ging es links abbiegend nach Belling Bridge, Laurel Bank, Clean Helen, Craig Willis Hill, Cronquay Waddy, Barrow Garrow bis Kirk Michael. Hier bog man erneut links ab Richtung Peel, passierte das Teufelsknie Noxherry und fuhr in die Stadt Peel und wieder zurück nach Tynwall, eine Strecke von etwa 24,2 km bzw. 15 Meilen und 1430 Yards. Zwischen 1911 und 1914 war der Mountainkurs mit einer Länge von rund 60,3 km, also 37,5 Meilen, die Hauptstrecke. Hierbei wurde die Fahrtrichtung am Cronk Nimona geändert und die Fahrer fuhren die Johnny Watterson Lane hinunter zum Belknut Road. Von 1954 bis 1959 wurde der 17,36 km bzw. 10,79 Meilen lange Slipps Kurs eingeführt, ursprünglich für Seitenwagen und Ultraleichtgewichtsrennen. Der Start erfolgte am Grandstand, danach ging es rechts in Bray Hill hinauf und weiter entlang der Ballonard Road bis zur Williston Corner, wo es rechts ab zur Cogni-Mona ging. Zwischen 1990 und 2006 erfuhr der Mountainkurs weitere Veränderungen. Die Steigung vom Bungalow zu Brandiwell erhielt den Namen Hellwood Rise und der höchste Punkt der Strecke kurz vor dem Brandiwell wurde als Hellwood Highs bekannt. Beides benannt nach der Motorsportlegende Mike Hellwood. Im Jahre 2002 wurde der 26. Meilenstein zu Ehren des 26-fachen TT-Siegers Joey Dunlop, der im Jahr 2000 bei einem Rennen in Eastland ums Leben kam, in Joeys umbenannt. Ein Jahr später, also 2003, wurden der 32. Meilenstein bzw. die Kurven beim 32. Meilenstein in Dukes umbenannt, um den 6-fachen Gewinner und 6-fachen Weltmeister Geoff Duke zu ehren. Anfang 2006, rechtzeitig zur TT, wurde die Windy Corner abgeflacht und später, im selben Jahr, wurde die Brandish Corner neu ausgerichtet, was die Kurve ebenfalls erleichterte. Diese Strecke wird auch heute noch genutzt und ist ein echter Klassiker in der Geschichte des Motorradrennsports. Die Thunwald ist das älteste, kontinuierlich tagende Parlament der Welt und das oberste gesetzgebende Organ der Isle of Man. Sie besteht aus dem House of Case und dem Legislativconceal und tagt traditionell im Freien auf dem Thunwald Hill. Der jährliche Thunwald Day ist ein öffentliches Ereignis, bei dem neue Gesetze verkündet werden und die Öffentlichkeit die Möglichkeit hat, ihre Meinung dazu einzubringen. Auf dem Man spricht man Manx, eine keltische Sprache, die mit Schottisch, Gaelisch und Irisch verwandt ist. Sie ist die Muttersprache der Insel. Manx-Katzen, die Isle of Man, ist die Heimat der sogenannten Manx-Katzen, eine Rasse ohne Schwanz. Diese genetische Mutation tritt bei Katzen aufgrund der isolierten Population der Insel auf. Man glaubt, dass Manx-Katzen ja den Ursprung auf der Isle of Man haben, wo sie seit Jahrhunderten bekannt sind. UNESCO Biosphärenreservat Die Isle of Man wurde von der UNESCO als Biosphärenreservat anerkannt. Die Insel beherbergt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt und hat sich der nachhaltigen Entwicklung und dem Schutz der natürlichen Ressourcen verschrieben. So, das war jetzt einiges über die Isle of Man und über die TT, wenn auch bei weitem noch nicht alles. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Dann ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer danke fürs Schauen.